Heute ist das Mikrofon an Peter, unserem Teamchef von Radfurt Stürmer, den Peter Stürmer. Hier werden wir dann von Tüssen hinauf, wir fahren voraus und jetzt hinauf, wenn wir vor mit Applaus empfangen, wir sind schon gespannt. 16.09, die Bestzeit vom Jahre 2010, aufgestellt von Erich Schattfrau. 15 Sekunden, 5, 4, 3, 2, 1, ab! 15 Sekunden, 5, 4, 3, 2, 1, ab! 15 Sekunden, 5, 4, 3, 2, 1, ab! 16.09, die Bestzeit vom Jahre 2010, aufgestellt von Erich Schattfrau. 16.09, die Bestzeit 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 von Erich Schattfrau. 17.09, die Bestzeit von Erich Schattfrau. 17.09, die Bestzeit von Erich Schattfrau. 17.09, die Bestzeit von Erich Schattfrau. 18.09, die Bestzeit von Erich Schattfrau. 17.09, die Bestzeit von Erich Schattfrau. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020